Stopp, stopp, stopp. Ich weiß, du wirst dieses Video schon oft gesehen haben, aber ich möchte dir nur helfen. Schau dir dieses eine Mal diesen Clip zu Ende an und drück nicht auf Skip. Das YouTube-Video kannst du nachher auch weiterschauen. So, ich bin Dirk und ich möchte dir ein kleines Business-Institut vorstellen. Ich bin schwul. Mit der Amarschzone-App können Sie Artikel scannen und direkt in Ihren Einkaufswagen legen. Sich über aktuelle Angebote informieren. Und für Ihren Seelenfrieden genau überprüfen, wann Ihre Bestellung geliefert wird. Laden Sie die Amarschzone-App noch heute herunter. Genauso wie ich die Billardkugel auf dem Tisch platziert habe, kannst du dich in meinem Leben platzieren. Ich freue mich. Meine Zahnärzte meinte, ich sollte von einer herkündigen Zahnwürste auf einen Handfeger umsteigen. Ich sagte trotz meiner guten Zähne, sie sagte, gerade deshalb... Saubere Zähne kann jeder haben. Oral-W sorgt für faulere Zähne. Und kaputtes Zahnfleisch. Zähneputzen wie ein Penner. Oral-W. Oh Gott, tut das weh. Ich verdiene am Tag mehrere Euros. Man sieht mir an, dass ich wohlhabend bin. Und du musst auch gar nicht das erreichen, was ich erreicht habe. Ich habe ein Billardkugel zu Hause. Du kannst meine Firma und mich weiterbringen. Ich dich allerdings nirgendwo hin. Aber das spielt auch gar keine Rolle. Denn ich möchte dich nur abziehen. Also join me, folg mir auf meiner Seite. Hier unten ist irgendwo ein Link. Ich freue mich auf deine Zusage und dein Geld. Hallo, bei 2&2 gibt es nicht nur einen scheiß Kundenservice, sondern auch alle aktuellen Küchengeräte zu einem überteuerten Preis. In Verbindung mit der 2&2 Oral-Netflip. Heute bestellt, gestern da. Hallo, jawohl, eine Unterschrift bitte. Dankeschön. Also das ist mein neuer Kühlschrank? Ihr neuer Kühlschrank von 2&2. Ein wahres Luxusmodell. Mit extra Kühlfunktion und Energieeffizienz A+. Los, los, los. die Leidkerhkons. Die Leidkerhkons. Die Leidkerhkons. Die Leidkerhkons. Schöpfer, wir sind zusammen. Vielen Dank.